Ach ja, wieder ein neuer Tag in dieser wundervollen Welt. Alright, ich freue mich heute gerade von der Arbeit nach Hause hier. Nämlich, wollte ich eigentlich hier heute ein neues Video aufnehmen. Und, hallo, hallo der Herr. Ah, guten Tag. Einmal Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Führerschein und Fahrzeugpapiere, natürlich habe ich das bei. Allgemeine Verkehrskontrolle. Allgemeine hier meine Fahrzeugpapiere und hier mein Führerschein. Alright. Okay, darf ich fragen, wie alt Sie sind? Ich bin alt genug, um ein Auto zu fahren, ja. Okay, können Sie mir mal bitte die Mindestprofiltiefe vom Reifen sagen? Mindestprofiltiefe vom Reifen, ich denke, 250. Ah, das war eine Fangfrage. Ah, Fangfrage, ja, das habe ich natürlich gewusst. Ja, jetzt langsam Arbeitstag. Ja, langsam Arbeitstag, genau. Fangen Sie langsam, rutschige Straßen. Rutschige Straßen, natürlich. Alright. Okay, erholt sich jetzt, Donuts, hat er gerade gesagt. Okay, ähm, genau. Heute wollte ich nämlich zuerst noch, weil ich links oben hier sehe, ich habe nur 3.700 Liter von 25.000 Liter, was eigentlich gar nichts Dings ist, aber mein Auto ist halt so überdimensional und sehe ich, was die Ausfahrt hier verpasst. So, nämlich wollte ich noch schnell, bevor ich nach Hause fahre, wollte ich noch schnell hier, ähm, den guten alten, äh, Treibstoff hier einfüllen, jomai. So, genau. Und, äh, warte, wo ist denn das Dings? Geht das überhaupt? Und dann gleich muss ich ja ein bisschen zurückfahren, so. So, 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 so. Nämlich ist hier auf der Seite mein, äh, Dings-Tank hier. So, dann, äh, tank ich hier mal. Ich finde es eine richtig coole Animation. Oh, äh, da habe ich mein Auto gerade aufgehoben, äh, äh, so. Alright. Wie viel Fuel habe ich schon? Ich habe, äh, 8.000. Ich glaube, ich fülle mal nicht ganz voll auf. Weil ich habe irgendwie gehört, das ist nicht so gut, wenn man das Auto irgendwie komplett voll auffüllt. So, wie viel habe ich jetzt? 70% steht da. Ähm, 18.000. Ich glaube, ich würde noch ein bisschen noch, bis 20.000 hier auffüllen. Und dann, äh, sieh, wir eigentlich ready to go. Alright. Ich weiß nicht, muss ich hier irgendwie zahlen? Ähm, hallo. Äh, arbeitet hier wer? Oh, doch, Tatsache, der arbeitet wer? Äh, ich habe nicht 36 Dollar gerade dabei, Kreditkarte habe ich nicht zu Hause. Äh, hallo. Ähm, der Werteherr muss hier... Ja, servus. Äh, servus. Ich habe mich auftankt. Aufdankt, ja, natürlich, ich habe, glaube ich, äh, 16. Spritztur, äh, ich wohne gleich direkt um die Ecke da vorne eigentlich. Also, wir müssen zum Tauchensee. Da ist der drüben. Zum Tauchensee? Ein Tauchensee ist ein guter Familienurlaub. Ein guter Familienurlaub. Sie wissen schon, der ist zugefroren, oder? Äh, ja, ähm, genau. Ich habe 16.000 Liter hier getankt. Also, äh, oder 16.000 Milliliter, wie auch immer. Äh, was... Ah, das macht dann 16 Euro. 16 Euro, okay, so. Alright, 16 Euro. Ähm... Ich schiebe über die Mehrwertsteuer, das heißt 20 Euro. Oh, 20 Euro mit Mehrwertsteuer natürlich. Ich habe noch... Ich schiebe die Vorsteuer, das heißt 25 Euro. Äh, okay, ja, Vorsteuer natürlich. Die Nova-Steuer auch noch. 32 Euro. Die Nova-Steuer, warte, was? 32, warte mal, 7? Das heißt, oh nein, habe ich noch überhaupt was? 7, äh... Ja, Nova-Steuer auch noch immer, oder? Ja, die Luftsteuer auch noch. Was für eine Luftsteuer? Was, was? Ich gehe jetzt einfach. Was für eine Luftsteuer? Ich fahre am Boden, ja. Hey, Hans, die müssen die Steuer zahlen. Ist mir egal, tschüss. Die Steuerzahlen. Ich vergesche die Reifensteuer. Hey! Was für eine Reifensteuer? Was? Oh, oh, ich glaube, ich werde jetzt wieder weg. Äh, okay, was für Steuern auch immer. Ach, die Reifensteuer, die Luftsteuer. Ich fahre hier am Boden. Okay, nicht hier anfangen am besten. Ich sehe gerade, ich glaube, ich habe nicht gerade richtig Hunger. Ich glaube, ich fahre noch schnell hier zu dem guten alten Weihnachtsmarkt hier. Und so, ich packe mich jetzt erstmal hier irgendwie ein. Äh, hier steht nichts auf den Schildern. So, ganz langsam einparken. Also, das ist kein Privatparkplatz hier. So. Alright. Wie viel tankt haben wir jetzt 21.000? Das heißt, wir haben ungefähr jetzt Nummer 4 Dollar auch. Äh, wir haben jetzt, glaube ich, 35.000, äh, 35.000. 35 Dollar hierfür irgendwie 25 Euro für den ganzen Steuern. Aber ich glaube, ich gehe nie wieder zu den Dings hin. Und die haben wir auch schon rekoriert. Ah! Hey! Wer ist so? Guten Tag! Nein, nein, ich schaue nicht hin. Gewandt? Gewandt. Äh, ja, das ist toll. Aber, warum rennt man? Der rennt einfach nackt hier im Winter herum. Okay. Äh, nämlich wollte ich hier schauen, was ich mir hier kaufen kann. Okay. Äh, guten Tag. Okay. Ich glaube, die ist müde. Ich wechsle mal lieber nicht. Okay. Äh, was gibt's hier? Hier gibt's Schnitzel. Ah! Kunde! Äh, ja, guten Tag. Äh, ich hab, äh, besagt nicht zu meinem Chef. Danke. Äh, ja, ich hab nichts gesehen. Alles gut. Okay, was ist hier? Designer-Outfit. Ich hab noch nichts gehört. Ja. Ansonsten. Ja, 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 ich hab verstanden. Ich hab verstanden. Ich hab verstanden. Äh, nichts gesehen, nichts gehört und nichts gerochen. Ja. So, äh, hier gibt's nämlich die Designer-Outfits. Äh, was hier? Hier gibt's so ein Dings. Äh, ich schau's mir mal an. Äh, ich glaub, man kann ja auch anprobieren. So eine gute, äh, Winterjacke, würde ich sagen. Genau. So, was gibt's hier noch? Ähm, hier so eine Gold-Bustplatte, was auch relativ schwer ist. Ich lass die mal. Was ist das hier? X-Irgendwas-Prototype. Ich glaub, das ist auch so eine Winterjacke mit, äh, mit Dings hier. Handschuhe inklusive. Was ist das hier? Ich glaub, das ist so eine Verkleidung hier. So eine, auch, aber auch so eine modernen. Eine richtig Designer-Winterjacke, saa. Und, äh, was ist hier? Äh, Franzl-Hoodie, oh my. Also den, den, ich glaub, den, den würd ich mir gleich kaufen. Also ist so richtig softig, oh my aus. Und, äh, was ist das Top-Stink-Bull? Okay, das muss ich natürlich modern, vor allem modern hier. Top-Stink, den muss ich mir unbedingt kaufen. Also, äh, gemütlich ist er hier. Und der Franzl-Hoodie auch. Wie gesagt, wer nicht, weiß ich nicht, was. Ja, ist der 30 Punkt Schopi-V eingeblendet für den saftigen Franzl-Merch wie den Hoodie hier. Oh my, ist natürlich ein Designer-Outfit. Und, so, ich glaub, die schläft wieder. Ähm, so. Nehm ich doch schon schnell einen Schnitzel und einen Almdudler mit, joh mei. Ähm, warte, ich kann jetzt, ich kann jetzt was machen. So, oder? Ja, so, so. Äh, 3, 2, 1, buh! Okay, äh, hi, guten Tag. Hallo, hallo, hallo. Ja, ich würde gerne hier, äh, den Almdudler, äh, ein Schnitzel und ein Top-Stink-T-Shirt und ein Franzl-Hoodie kaufen. Wieviel macht das? Äh, 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 das, äh, das macht 300 Euro. Äh, ja, hier 4 Euro, ja. Ja, okay, ähm. Ich sagte 300 und sind Sie ein Atmender, sind Sie ein Atmender-Kunde? Äh, ja, ich bin da, oh, hallo. Oh nein, äh, ich hab die oberen Schnee. Oh nein, äh, ich hab die oberen Schnee. Oh nein, äh, ich hab die oberen Schnee. Ich, eh, es gibt keine Luftsteuer. Nein, nein, nein. Es gibt keine Luftsteuer. Oh nein, oh nein, schnell, 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 schnell. Luftsteuer. Oh nein. Oh, oh, so, so. Äh, mein Auto sieht grad so schnell im Schnee hier. So, nachher so ein Jump hier, irgendwie so ein Sprung. Okay, ähm. So, ich hab jetzt so einen Schnitzel und, äh, ja, die Luftsteuer. Ich weiß auch immer nicht. Äh, ich fahr jetzt erstmal nach Hause mit einem saftigen Franzl-Hoodie. Und den Doop-Stink-Hoodie, den kann ich mir da natürlich aufhängen. So. Also erstmal hier hoch die Einfahrt. Ich find mein Haus einfach immer noch so cool mit der saftigen, äh, Weihnachts-Dekoration. So, jetzt erstmal hier in die Garage rein. So, äh, dann kann ich gleich meinen Schnitzel hier als, äh, Fest mal, äh, essen und trinken. Also meinen Schnitzel natürlich nicht trinken. Alright, so. Ja, und hier sind noch die ganzen Kartoffeln und das ganze Salz hier vom, äh, vom voriges Weihnachten. Ich liebe einfach Weihnachten hier. So, ich mach jetzt erstmal hier das Schnitzel warm, weil ich denk nicht, dass es so warm war. So, Schnitzel hier drauf. Ähm, genau. Ich find, äh, ich find auch immer wieder noch cool hier die ganze Weihnachts-Dekoration. Und wie gesagt, ihr habt einen 30-Job für saftigen Franzl-Merch. Wie im Hintergrund den Rucksack und das, äh, den, den Merch hier. Wie gesagt, einfach die ganze 30-Job ausschecken für saftigen Merch hier. Alright. Äh, nämlich, äh, wollte ich jetzt hier eigentlich noch was essen. Und, oh, ei, ah, hi, ähm. Alles Gute! Achso, äh, alles Gute? Oh! Oh! Alright, Gurke. Äh, ja, äh. Also stimmt, ich hab heute Geburtstag, gell? Happy Birthday to you, Gurke! Düngemittel! Hup! Als Düngemittel! Hier ist der Geschenk! Ähm, alright. Ein Geschenk, äh, was für ein Geschenk? Das ist grad noch eine Art, warte. Was ist das? Ein grünes Geschenk! Ich hab ein pinkes für ihn. Äh, so. Äh, so. Äh, you cannot unwrapped their presents, äh. So, kann ich jetzt, warte? Kann ich's abbauen, warte? Oh, lol! Merry Christmas for me, 1.30, johmei. Äh, lol! Ein V12 Saugmutz, ja? Ein 6,5 Liter? Äh, und? Ich dachte, ich dachte, du brauchst mal einen Motor für den Auto. Äh, einen Motor, ein V12, ja, johmei. Ich hab auch ein Geschenk für dich. Äh, auch ein Geschenk? Ähm, was für eins? Ja, hier, ein Dollar. Ein Dollar, okay. Da kann ich die Miete natürlich zahlen. Und hier dieses wunderschöne Geschenk. Äh, ich hab dir was reingetan. Okay, so. Kann ich's abbauen? Ein Picture Frame, was für ein Picture Frame? Oh, äh. Was ist das? Also, das ist ein wunderschönes Zeichen hier. Es ist Kunst. Ja, oder? Es ist Kunst. Ich kann's auf Ebay für 300. Was ist das denn darin? Ihr könnt's interpretieren. Los! Ähm, ähm. Das Blaue steht so für, äh, den laufenden Wandel, der Glücklichkeit im Leben. Also, ich denke, das Schwarze ist so die Unterschrift auch. Das Blaue ist Julian. Das Schwarze ist eine Aktie in seinem Kopf und das, äh, Rote ist das. Aber ich dachte, grün ist Julian. Hä? Achso. Es sieht so aus, es sieht so aus wie das Wurm spielt. In der Position. In der Position. Wie ich geklappt habe. Hä? Äh. Äh. Ich sieht wirklich so aus. Alright. Ähm. So. Äh, und wie war euer Tag so heute? Kommt, wir haben dich extra hier. Ich hab dir das mitgenommen, mein Flo. Und hier? Ein Craftable. Ich hab das mitgenommen, mein Flo. Ne, ich hab vier Zähne, genau isse, vier Zähne, all right, genau, äh, vier Zähne, ähm, warte, ich muss jetzt aufs Klo, äh, aufs Klo, okay, äh, viel Spaß, äh, ja, vier Zähne, ich weiß nicht, ich hab grüne Zähne, okay, äh, ich glaub, ich, fertig, äh, genau, mein Schnitzel ist jetzt glaub ich auch fertig, den kann ich gleich essen, ja, so, hast du auch irgendwas für mich zu essen? Äh, ich hab ein zweites Schnitzel, ähm, Obst, äh, also stimmt, du, 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 Hallo, hallo, äh, ja, ich hab mir bezahlt, bezahlt, ja, bezahlt für was, hier, äh, also, äh, ich brauch noch die Schnitzelsteuer, was für eine Schnitzel, ich hab die Schnitzel, ich hab bei Ihnen, äh, äh, Dings dir, gekauft, ich hol mal die Schnitzelsteuer, nicht die Schnitzelsteuer, nein, 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 ich kann keine Videos machen, ich kann jetzt keine Videos machen, was für eine Schnitzelsteuer, was, ich hab mir die Videosteuer nicht bezahlt, Videosteuer, und was mit der, mit der, mit der Atemsteuer, oder, äh, ist das hier, oh, stimmt, gut, dass ich mich drauf aufwächsen mag, dürft nicht, nein, nein, ja, ok, oh, du, 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 du musst, dafür bezahlen das geht schon ich hab noch ein bisschen geld hier okay dann kann ich beantworten und wem zahlen sie irgendwie die art im steuer und sind sie der bürgermeister oder der bürgermeister ich glaube der wird irgendwie jetzt auch das geld entzogen genau habe ich nur noch ein geld ich gebe dir ich gebe den führer schon jetzt darfst du mit dem auto fahren in der garage war das auto kann ich den boot er war mal so ist das flo der hat gesessen gesessen hallo flo nein das ist das böse das ist mein ball da würde ich jetzt nicht reingehen okay alle türen schließen oder warum da gehe ich lieber zu topst raus an die luft okay ich glaube er ist erstickt oder hallo mit floh okay okay ich glaube er ist erstickt und dann würde ich jetzt hier ja egal würde ich jetzt hier auch irgendwie sagen was für den dings hier für das video jetzt mache ich noch stelle ich hier mit vor zwölf motor hier rein dann brauche ich noch den kuchen ich gehe kurz den auto klauen ah ja klau das auto ja wie gesagt lasst ein like und ein abo da und schaut bei johannsdreizbuchjob vorbei johannsdreizbuchjob und wie gesagt topst stinkt geht alle zu topst rüber und schreibt den kommentare topst stinkt wie gesagt johannsdreizbuchjob aktiviert die glocke für noch solche videos und ja dann würde ich sagen tschau bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal